Heute sprechen wir nochmal über die Situation, dass die AfD jetzt nunmehr bei 19% in den Umfragewerten angekommen ist und damit die zweitstärkste Kraft ist. Die zahlt sich nämlich diesen Platz mit der SPD ebenfalls bei 19% in den aktuellsten Umfragen. Damit moin zusammen, ich grüße euch meine Freunde. Ist es nicht absolut irre, was hier gerade passiert? Merkt ihr die mediale Berichterstattung und auch wie sich zahlreiche Politiker mittlerweile äußern, dass natürlich die Zusammenarbeit von der CDU, sprich von Friedrich Merz, ausgeschlossen wird mit der AfD? Das hat länger gedauert, als ich gedacht habe, muss ich dazu sagen. Aber jetzt an der Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ich fahre nämlich morgen nach Baden-Württemberg runter und am Mittwochabend wiederum wird es einen Livestream direkt aus dem Tresor von Kettner Edelmetalle geben. Bei dem Livestream würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Dementsprechend unterhalb des Videos ist der Link dazu. Einfach euren Namen und E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann der Livestream losgeht. Der findet nämlich voraussichtlich nicht bei YouTube statt. Hier sehen wir das Ganze dann auch nochmal per Twitter. Friedrich Merz schließt die Zusammenarbeit mit der AfD erneut aus. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich suche immer noch nach der Nachricht, dass der Herr Merz auch die Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke ausschließt. Die konnte ich bislang nicht finden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ich etwas bepasst haben sollte. Aber wisst ihr, wenn man sich zur einen Seite abgrenzt, dann muss man es doch konsequent auch zur anderen Seite machen. Ansonsten kann ich das nicht vervollnehmen. Und es gibt so viele Punkte, über die wir jetzt hier sprechen können und müssen. Wenn man sich anguckt, wie sich verschiedene Politiker dann äußern, dass es die AfD schuld, das liegt an der AfD, dass die Umfragewerte so schlecht sind und ähnliches. So sehen wir es dann hier zum Beispiel in der Bild in einem Bericht. 15 Prozentpunkte Vorsprung der Kanzlerpartei dahin. Die SPD war ja mal sehr, sehr stark, muss man wirklich dazu sagen. Aber jetzt im Verhältnis ist das halt nicht mehr so, sondern gleich auf mit der AfD. Und dann heißt es, ist die AfD so stark, weil die SPD so schwach ist? Und das ist doch wieder mal eine bodenlose Frechheit. Darüber habe ich ja auch schon gesagt. Es wird nie gesagt, die AfD, die macht eine gute Oppositionsarbeit. Die haben zahlreiche Anträge eingebracht, zahlreiche kleine Anfragen im Bundestag gemacht und sind politisch gerade auf einem ganz guten Weg und positionieren sich so, dass die Bürger überzeugt sind. Nein, weil der Politik oder wenn die Umfragewerte für die AfD steigen oder auch die Wahlergebnisse gut sind, dann sind sie die Protestpartei, dann sind sie die Wutpartei, dann sind sie die schlechte Launepartei. Da gehen wir gleich nochmal speziell auf diese Aussage drauf ein etc. pp. Es wird immer versucht zu degradieren, dass die gar keine richtige Politik machen. Das Kuriose dabei ist aber, vielleicht liegt es genau gerade deswegen daran, weil es eben keine Berufspolitiker in dieser Partei sind. Es sind normale Menschen wie du und ich, die aus der Bevölkerungsschicht aus jedem Bereich kommen. Sprich, Tino Chrupalla beispielsweise, Malermeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also aus dem Handwerk, wirklich ein ehrenwerter Beruf, den wir auch in 10, 20, 40 Jahren noch brauchen. Obwohl vielleicht nicht, wenn wir dann alle wieder in Höhlen wohnen. Ja gut, vielleicht müssen die Höhlen auch von Ihnen angemalt werden, von den Grünen. Nein, aber im Ernst, da sind studierte Menschen drin, die in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Dr. Alice Weidel beispielsweise bei einer Bank gearbeitet etc. Also wirklich intelligente Menschen mit Schulabschlüssen, mit Studienabschlüssen, mit Ausbildungen, die sie absolviert haben etc. Sowas sucht man doch bei den Grünen beispielsweise oftmals komplett vergebens. Oder auch bei der SPD eine reine Partei, wo sehr, sehr viele Leute sind, die ihr Lebtag wirklich vom Staat gelebt haben. Und ich hatte das gerade eben ja angesprochen hier. Merz gegen Arbeit mit AfD und Scholz sagt, das wäre die schlechte Laune-Partei. Was soll ich dazu doch großartig sagen? Wisst ihr Leute, anstatt dass man sich da hinstellt und sagt, okay, wir haben massive Fehler gemacht, wir müssen unsere Politik maßgeblich ändern, wir haben zahlreiche Probleme in diesem Land, die wir jetzt angehen werden. Aber offensichtlich möchte man das nicht. Und noch dazu müsste man auch sagen, werden sie so angehen die Probleme, dass sie gelöst werden. Und nicht, dass die Probleme nur noch größer werden. Aber das können sie offensichtlich auch nicht. Und genau das habe ich ja auch angekündigt, dass es jetzt im Allgemeinen erstmal kommt. Jetzt werden in den nächsten Tagen, bin ich fest von überzeugt, noch verschiedene andere AfD-Politiker an den Pranger gestellt. Die Partei im Allgemeinen, vielleicht hat sie nochmal irgendwo angeblich dann irgendwie Gelder veruntreut oder sonst was. Wie war das bei so einer anderen großen Partei in Deutschland mit so einem Koffer? Aber ich kann mich da genauso wenig daran erinnern, wie unser Olaf Scholz als Bundeskanzler an die Situation bezüglich Cum-Ex. Ja, dann heißt es nämlich hier im Zitat, die AfD will unsere Demokratie zersetzen. Und da müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Ich verstehe wirklich nicht, aufrichtig sage ich euch das, wo bitte bekämpft die AfD unsere Demokratie? Das verstehe ich wirklich absolut nicht. Da sehe ich nichts von. Ich sehe nicht, dass hier irgendwelche Versuche gemacht werden, weniger Recht dem Bürger zu geben. Im Gegenteil. Die AfD ist die Partei, die sich am meisten für Meinungsfreiheit einsetzt. Die sich dafür einsetzt, dass wir hier wieder Gerichte haben, die Recht sprechen. Und wo Klüngel und ähnliches aufhört, wie beispielsweise im Wirtschaftsministerium oder ähnliches. Klar kann man natürlich argumentieren, ja, wenn die selber an der Macht sind, dann würden sie sich anders machen. Das können wir aber gar nicht beurteilen, solange sie es nicht sind. Und wissen wir das gar nicht. Ich weiß weiterhin, dass die AfD sich ganz klar gegen Habecks Heizungsverbot, das neue Heizungsgesetz, ausspricht. Und da stimme ich ganz klar zu. Das ist doch eine unfassbare Frechheit. Genauso spricht sich die AfD pro Atomkraft aus. So wie zahlreiche unserer Nachbarländer, um eins zu nennen, Frankreich beispielsweise. Und ja, damit hätten wir eine Stromunabhängigkeit. Zurzeit importieren wir teilweise parallel gleichzeitig aus sechs Ländern, sechs Ländern Energie, weil wir in Deutschland selber nicht mehr in der Lage dazu sind, ausreichend Energie zu produzieren für unseren Bedarf. Und das wird auch in den nächsten Jahren nicht besser. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer. Auch interessant ist dann hier die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann im Zitat. Es gibt immer mehrere Gründe, Faktoren, die für ein solches Umfragehoch eine Rolle spielen, sagte sie im Morgenmagazin. Es sei völlig falsch zu sagen, es gibt einen Grund und es ist eine Partei. Naja, Frau Hasselmann, grundlegend gebe ich recht. Natürlich, ich habe ja gerade einige Punkte aufgezählt, wo die AfD eine der wenigen Parteien ist, die gänzlich anderer Meinung ist als die anderen Parteien. Gut, aber jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt nur der Grund, weil das die Partei ist. Ja, man muss sich doch überlegen, wie haben sich denn die Parteien über die letzten Monate und Jahre alle weg, abgesehen von der AfD, verhalten? Gab es große Oppositionsarbeit der Parteien? Jetzt in den letzten Wochen gibt es ein bisschen Oppositionsparteiarbeit von der CDU. Aber auch nicht in dem Ausmaß, wie es offensichtlich viele Leute möchten und wünschen. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist doch auch zu sagen, was ja außen vor gelassen wird. Da geht ja kaum jemand bis gar keiner drauf ein. Die CDU hat doch ebenfalls massiv in den Umfragewerten verloren. Das ist doch ein ganz, ganz eklatanter Grund, der versucht wird, klammheimlich unter den Teppich zu kehren, damit man sich jetzt darauf konzentriert, ja, die AfD ist gerade stark, dass neben der SPD auch die Grünen und natürlich nochmal die CDU massiv verloren hat. Das bestätigt doch einfach nur, dass die Oppositionsarbeit und die Politik, die Friedrich Merz an den Tag legt, nicht ausreichend und erwünschenswert bei den Wählern ist. Das ist doch der Punkt. Da sollte man doch selbst mal überlegen und sagen, ja klar, das ist ein großes Problem. Da müssen wir jetzt anstellen und uns ändern und etwas anderes machen, was die Bürger halt wünschen. Aber das wirklich grundlegende Problem, warum wir keine Oppositionsparteien mehr haben, ist unter anderem dieser hier. Wir sehen, Friedrich Merz ist offensichtlich kein Fan der Gendersprache. Und dann sagt er hier, die Gendersprache macht die AfD stark. Und im Zitat heißt es, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Hat er bei Twitter gepostet, seht ihr hier drunter auch. Gegenderte Sprache und die identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden. So, das ist eine klare Meinungsäußerung. Der Mann hat seine klare Meinung öffentlich präsentiert. Und dann kann man darüber diskutieren. Jetzt passiert aber in Deutschland, und es ist egal welches Thema, es ist egal bei welchem Thema, immer Folgendes. Das grünen Politikerin Künast sagt nämlich hier, Zitat, die Situation ist ernst und er geistert nur hetzend durch die Gegend. Was ist denn hier Hetze daran, dass er eine Meinung hat und sagt, diese Art der Sprache ist nicht der deutschen Sprache richtig. Und er wünscht das halt einfach nicht. Oder auch dann hier Geschäftsführung der Grünen, Emilie Bühning wirft hier vor, das tragische daran, er tut das nicht einmal aus Überzeugung, denn niemand glaubt so etwas ernsthaft. Also ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, Leute, es ist so irrational geworden in diesem Land. Und sobald du anderer Meinung bist, in dich weißt das, man hat das mit eigenem Leibe erfahren, hat verschiedene Partner verloren, die ich hatte im geschäftlichen Bereich. Nein, Olli, oh, das kannst du nicht sagen. Ja, da gibt es zwei Arten. Entweder, das ist absolut intolerant, was du da sagst. Die stimmen dann wirklich zu. Ja, mag man sagen, gut, bin ich froh darüber, dass ich mit solchen Leuten nicht mehr zusammenarbeite. Danke dafür. Oder im Zweiten, ja, da stimmen wir dir ja zu, aber das können wir öffentlich nicht vertreten. Da können wir mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht, wenn du dich öffentlich so äußerst. Ist das nicht krass geworden, weil ich eine andere Meinung habe? Wisst ihr, ich möchte nicht, dass irgendwie jemand irgendwas verurteilt wird, was er nicht getan hat, weil er irgendwas sonst was ist oder irgendwas in dieser Richtung und Art und Weise. Ich spreche mich ja gegen Extremismus und sonst was oftmals und genug hier aus, denke ich. Aber dass man direkt in eine Schublade gesteckt wird, sobald man eben nicht diesen aktuellen Meinungs-Mainstream entspricht, das lässt ziemlich weit blicken für eine Demokratie, oder in der Art, wie wir sie hier haben. Schreibt eure Meinung rein. Ich bin sehr gespannt darauf. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nochmal der Hinweis an den Livestream aus dem Tresor. Unbedingt jetzt anmelden. Wie gesagt, das ist völlig kostenfrei, die Anmeldung und der Livestream natürlich. Ich freue mich sehr darauf, wenn mal einige Zuschauer sind, machen auch eine kleine Fragerunde mit dem Dominik gerne. Überlegt euch schon mal ein paar Fragen. Haut rein. Bis zum nächsten und ciao.